Ich bin Meilin Pung und studiere Facility Management mit der Vertiefung Services und Events. Ich habe mich für die Vertiefung entschieden, weil ich sehr gerne planen und organisieren und zudem mega gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten. Services braucht es überall. Vor allem im Gesundheitswesen finden grosse Veränderungen statt. Dort braucht es neue, innovative Ideen. Ich habe in dieser Vertiefung gelernt, einen Event professionell zu planen und zu organisieren. In der Fachführungspraxis haben wir unsere Schwächen und Stärken analysiert und habe somit meinen eigenen Führungsstil kennengelernt. Ich habe es immer gemacht und wir haben dann für ein praxisbezogenes Studium entschieden und dafür ein einjähriges Praktikum beim Bund gemacht. Am Studium gefallen mir den verschiedenen Lernmethoden. Wir gehen zum Auftraggeber, zum Beispiel vor Ort, oder arbeiten mit Modellen oder reale Fallbeispiele bearbeiten. Mein Highlight ist das Praktikum. Ich habe es gelernt, dass wir uns umsetzen und sie jetzt zusammen haben. Ich gehe jetzt mit anderen Augen durchs Leben. Ich denke wirtschaftlicher. Auch das Thema Nachhaltigkeit schaue ich mit anderen Augen an. Im Facility Management hat man zum Glück mega gute Jobs aussichten. In ein paar Jahren würde ich gerne Menschen leiten und zusammen mit ihnen etwas bewegen. Tiger & Tauch Tiger & 體 Tiger & Jeder фин Untertitelung des ZDF, 2020